Eine Typ hatte voll Schaum vor den Mund. Du musst herkommen. Wie? Schaum vor den Mund? Was meinst du damit? Das klingt echt merkwürdig so, also... Schaum vor den Mund? Was habt ihr getan? Das, was du jetzt beenden wirst. Ich stelle nicht so viele Fragen. Genauso wenig wie ich weiß, ob ich dir vertrauen kann. Du wirst schweigen. Hast du mich verstanden? Die Welt ist ein verrotteter Ort für uns. Du bist in meinem Revier. Das Einzige, warum sie hier ist, ist, um unser ganzes Projekt, all das, was wir hier aufgebaut haben, zu zerstören. Noch ein Stück. Was ist denn noch mehr?